Musik Es ist so, als wäre er ein Bot, oder ist das ein Bot? Ich glaube, das ist ein Bot. Der chillt da oben auf dem Dach, aber ich treffe den nicht. Einfach schluss. Ich habe nur zwei Schrotflinten, jetzt werde ich schnarrig. Ein ganzer Haus durchsucht, zwei Schrotflinten. Auf welchem Dach ist er, ich guck mal. Ich kann ja mal mit der Schrotflinte da hinwerfen. Ah, da, ne, das ist ein echter. Auf dem Dach, da springt er rum. Ich glaub, der will Franklin machen, weil er... Weil der da so rum springt, der macht Franklin. Sooo, nicht mehr jung. Das war's umgelegt. Natürlich. Der hört... Das Tick-Talk-Veranstaltung kann er grad woanders machen. So, ich hab den hier getötet. Hast du den da auch gesehen, oder? Okay, gut. Weißt du, das sind dann diese Hinterlistigen, die dann dich irgendwann später holen. Genau so läuft das nämlich auch bei denen. Das hinkommt sowas gar nicht in die Tüte. Zumal's eh nicht erlaubt ist. Oh fuck, jetzt. Der andere ist um auf dem Dach. Au, au, au. Auf dem Dach, da. Der auf nem großen anderen Dach. Ups, sorry. Boah, der ist so low. Au. 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 Also der müsste gut low sein. Wenn man so frech, dass der nicht gestohlen ist. Wenn du mit der Uzi draufst, weil der ist auch gefühlt 200 Meter. Ich hab nix andere, was soll ich machen? Hm, okay. So low. Es beeindruckt ihn aber garantiert, weil das hat dann so ein schönes Muster. Wenn die Kugeln an ihn so vorbeifliegen. Okay, der jumpt hier auf jeden Fall rum. Ich komm mal zu dir. Ich hab halt kein Interessort. Ich weiß nicht, ob der hier ist oder schon. Ne, das außen. Der ist im anderen, oder? Ich glaube, der ist hier. Watch out. Der soll nicht. Ja, der ist da. Ich hab einen Dreier. Ähm, brauchst sonst noch jemanden? Sag mal ein bisschen leise jetzt. Sag mal ein bisschen leise jetzt. Ich hab das hier. Der ist oben auf dem Dach hier. Oh, ich hab einen Achter gefunden. Ich hab nur keine Achterwaffe. Ich weiß nicht. Achtung, pass auf, Granate liegt da auf. Ne, es ist noch auch, ne, wir warten. Ich geh mal ins Nebenhaus anschließend. Ich geh mal rein und guck, ob ich dann über das Dingens, über das andere Dach ihn bekomme. Oh. Ja, das steht da. Oh, Mann. Oh, Mann. Da hat's... Der 3, 4 Hits bekommen mit der OC. Ich geh rein. Wo ist denn der genau? Ja, hoch und dann hier hin, nach links. Hab ich, dann hab ich, dann hab ich. Oh, ja, Mann. Gigi. Jetzt kommt noch ein Bot hier, glaub ich. Ja, das ist, glaub ich, ein Bot. Ja, ist ein Bot. Könnt ihr haben. Da ist noch einer Ach, ich mag dieses komische Rot Äh, nicht Das ist ein Robot Hier ist doch Ich mag das nächste Besser Seid ihr im Großkampftag unterwegs Gegen einen Bot oder Da waren gerade drei Bots Auto, Auto, Auto Am Wasser Ja, die fahren durch, die fahren durch Die fahren durch auf 160 Braucht ihr mal die Stops 4er? Äh Kiste ist da Oh, aber Entholen, bevor es Auto kommt Ich würde auch gerne nehmen Ich habe das Achter Auto kommt wieder, Auto kommt wieder, Auto kommt wieder Ich gehe mal ins Haus Scheiße, jetzt sind wir hier Ich bin bei Muni da Saal, da wird geschossen Uiui Ich habe glaube ich aus Versehen aufgehoben Ich kann dir gleich wieder geben Und hier liegt auch noch Hast du gerade noch das Achter, Papa? Ja, komm her Wir kommen mal eine Etage am besten hoch Und kommen gleich dann noch eine Etage mit hoch Hier Oh, danke Äh, hier unten Fehle Ach das Ja, habe ich Die kommen rüber Einmal genockt Sehr schön Nein Wo denn Ah, ich sehe sie Ich sehe sie nicht irgendeinem auch Hier ist eine Angelina Ein Headshot von mir noch Hier auf die andere Seite Ich schmeiße eine Konate Versuch nur noch zu finishen, Angelina Der liegt unten Ach, der liegt gesfinischt Im Haus ist einer Ich bin safe, nur Hier in dem Haus ist einer Entschuldigung Und äh, links war glaube ich einer Der Rauch ist halt so eh, wie es hässlich ist, da zwei Fenster sind blockiert Ja Danke Bitte Wo waren die? Also einer ist jetzt oben, hier links in dem Haus Ja, da ist einer Ja, am Fenster Links am Fenster Tot weg Okay, gut GG Alle weg Ja, ja, was ist denn so gestorben? Ein Auto fährt 35. das Stadtauto und weißes oder graues Keine Ahnung, was ist denn eine Fahrer ist Die fahren jetzt hoch hier auf 50 Ich glaube, die könnten kommen Komm schon wieder hoch Die sind hier hinter, äh, verschwunden Ja, die wollen doch ganz hier auch an die Kiste Ja, was ist denn? Na, auch war drin Ja, die kommen hier auf 75, 75 Ist nur einer, bis jetzt Richtig los, sehr schön, sehr schön Gut Der war solo Aber der ist also, der ist nur genockt Der war jetzt zwar solo unterwegs Aber da muss man jetzt grad finishen, damit der andere nicht Jetzt noch Ne, 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 weiß ich nicht Was Sache hier ist Wir müssen aber auch aufpassen, dass der Rechtskader kommt, also Am besten 2-2 machen Ich geh wieder zurück, also Ich geh wieder zurück, also Ich triff dich noch nicht Gehen müssen schon mal zu, ne? Meine ist tot Oh, ich hab jetzt grad Granate geworfen Okay, die ist umsonst Ja, soll ich dir die wiedergeben? Nein, nein Das ist in Ordnung, du hast den gefinished Da ist ein Buggy Da hinten ist ein Buggy Zwei Leute Die kommen glaube ich, das sind die hier Ja, da kommt ein Buggy tatsächlich Die fahren weg Der läuft, der fährt her Ne, die haben, entweder sind sie Oh, die Wüste Was war denn das für'n Arsch? Sehr schön Ah, sind beide tot, oder was? Ja, stark Ich hab hier noch drei Kisten abgelegt, weil ich hab wahnsinnig viele Weil ihr Erste-Hilfe-Koffer braucht Ich fahr hier runter an die Häuser Könnt man eventuell Ja, da ist einer Da läuft einer Da läuft einer Ich fahr hier an das Haus ran und halt hier an Über rechts kämpfen, bitte Ich schmeiß Granate, ne? Uiuiui Nein, 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 nein Ja, alles Das ist doch echt Das ist doch echt Das ist sofort gefinished Geklappt Ja, ich mach beim nächsten Spieler eine Tür zu Willst du jetzt fahren? Den Typ holen Ja, ich suche den Gegner Ne, ich suche ihn nur, dass wir wissen, wo er ist Ja, das ist ja Quatsch Hinterher knockt der dich aus Ne, ich glaub nicht Ne, nicht nur noch Ah, hinterher, hinterher, hinterher Ja, jetzt muss man Mach da, mach da An den Baum auf 300 Papa, hol du Angelina Ich bin ja auf dem Weg hin, was euch ja machen Ne, 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 das geht nicht mehr Oh fuck Der ist am Baum auf 300 Ich schaue, woher dazu Felix Krieg, sie sind auch wem Du musst auch im Spezialist Ich muss das Baum auf 300 Ich hab's markiert Ich hab's markiert, ich hab's noch markiert, noch vorher Ja, aber das ist bei mir nicht 300, das ist nämlich das Problem Ah, ja, aber ich hab's markiert Ah, da, ich hab ihn hier, Papa Hier irgendwo ist er rückgelaufen Ja, am Baum Wurten am Baum Hier Mark the location Sehr schön Ein, zwei Sätzen, ne Mama Das schon über rechts Was? Hast du ihn, hast du auf ihn geschehen? Ja, aber er wird links laufen Wenn er clever ist Nimmst du zu Was macht er da? Er hält sich bitte Er hat was geworfen, smoke, aber zu falsch, er zur anderen Seite Noch eine Jetzt aber auch rechts Jetzt muss ich aufpassen, wo er hinläuft Der schmuckt er komplett aus Ich spür da einer links, einer rechts, ne? Ich spür da links Also er muss auf jeden Fall laufen Nur eine Frage, was ist, wenn einer ihn abdenkt Und einer kommt von hinten Nein, nein, nein Wie ist das, hier steht jetzt oben rum schon gelaufen? Irgendwie 92 Ja, nicht dumm Dann habe ich das nicht gesehen Bei 90 Der läuft hier im Buschern Okay ich will nicht oh scheiße was ist denn das hier für meine leidenschaft schon wieder hier ist er jetzt jung hier an dem baum ja hab ich gesehen am klein am großen gell ja da jawohl du kannst du kein artespezialist der hatte auch was geworfen egal uiuiui die war aber hä der ist doch alle ist jawohl jungen meine güte gg ja klar ja der sitzt da fest bist du da rumgerannt angelina dass du so auf dem field warst keine ahnung ich hab auf die andere seite geguckt auf einmal kam der von hinten achso ok das ist ja nochmal gut gegangen ja 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 ja